Ciao zusammen, was geht? Ich bin euer Zizi Warte mal überlegen mit dieser Waffe Das ist heftig Wie gesagt, ich spiele die erste Runde CSGO auf dem Kanal auf Zürich Deutsch und schaue ob ich etwas reissen kann wahrscheinlich wieder mal nicht mit der Pistole nicht Danke, dass du mir die Tür zumachst So Gehen wir aber So Urgang ist nicht Läuft zuerst mal drinnen Läuft zuerst mal drinnen So Echtlich scheisse an den Pistole Obwohl man schnick wäre oder so 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 und Wir 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 Das war jetzt ein wenig scheisse, ich bin einfach so offen hier gestanden, das ist ein wenig doof. Wie ihr seht, tu ich immer schön cutten, dass es euch nicht langweilig wird. Vor allem Amis geht das so lang. Machen wir noch deine Tür auf. Komm ich mal dabei. Ich gehe jetzt direkt so aus, oder? So. So. Fuck. Aber es war gerade so richtig heftig von mir. Ich habe zwei gleichzeitig mit Headshot. Ja. So. So. Ich nehme jetzt wieder die Acker, weil ich mit denen gerade zwei gefickt habe. Jetzt gehe ich wieder da raushauen. So. Fuck. Fuck. Ich glaube ich habe einen gehilt, wenigstens das. Was. So. Jetzt gehen wir wieder hin. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mal schauen. Hey, what the fuck? Der war sehr schnell. Okay, der spielt auch länger als ich. Okay, ich bin auf der Dich standen. So, wir haben die Runde Kone. Ich bin jetzt mal mit dem Runde Kone. Ich bin jetzt mal mit dem Runde Kone. Riesse kann Man, wieder Ich muss noch einmal mit der Sniper gespielen Also Ich stehe immer offen So, wieder eine runde Kunde Und jetzt muss ich gar nicht wieder mit der Sniper Wieder Mann, der sieht mich immer der Riesse Sieh Wäre für sie Schon wieder eine runde Kunde Und das muss ich etwas taktischer spielen Also Ja 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 Goste. Ja. Geschafft. Jo, Lütlis. Das ist das Silenten-Abo da. Haut rein. Tschüss.